Und da kommt er auch schon. Tag, Harry. Captain Kirk, ich hoffe, dich zu sehen. Ich bin bald wieder weg und wollte, dass ich danke für den Eskort. Ta-ta! Und ich hoffe, dass wir nie wieder aufhören müssen, Captain. Keine Ahnung, Harry. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir diskutieren müssen. Was haben wir noch? Und Stella hat gesagt, dass sie alles verbreitet, um dich hier zu treffen. Keine Ahnung, Harry. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir diskutieren müssen. Genau, die Auswahl eins nehme. Ja, das war. ...eine gesamte Stoffe als illegale Gäste. Du könntest es in ein paar Jahren zurückbekommen. Du fährst ein hartes Bargain, Kapitän. Es ist ein Deal. Du hast keine Ahnung, wie ein großer Bargain es ist, Mud. Ich verstehe. Kein Problem. Hallo, Kapitän! Bring uns nach Hause, Herr Scott. Wir haben überlebt dein Report über die Probleme in Haraldpair und evaluiert deine Leistung auf 100%. 100%? Du und deine Crew bekommen vier Kommendation Punkte. Eine perfekte Mission, Jim. Du bist ein Modell für alle Starfleet. Ich habe diese Alien-Kontraktion in das Torpedo-System. Das sollte die Luftwaffe stärken, Kapitän. Danke, Herr Scott. Ich wünschte nur, dass du Harry Mudd an einen Photon-Torpedo konzentrieren. While you were away, Kapitän, I made some travel arrangements that I thought you would approve of. Travel arrangements? I think you'll be happy to know that I've arranged for Stella Mudd to meet her long-lost husband on Starbase 7, Sir. Approved, Lieutenant. Take us out of here, Mr. Silver. Ja, ja. Auf zum nächsten Amteuer, das ist der Heist. Beathered Serp. Captain's Log, Stardate 5097.3. Starfleet reports major military activity in the Klingon sector near Krakor, a planet on the edge of Klingon space. Intelligence indicates that the Klingons are mobilizing a large fleet to search for a renegade who is responsible for a disruption of unknown nature on that planet. Federation sensors have found a faint energy trail leading to the planet Zamfour in the Digifal system. We have been ordered by Starfleet to track down the source of the energy and discovered what happened on Krakor before the Klingon fleet enters Federation space. If we are not successful, Federation and the Klingon Empire may find themselves at war once again. Ja, meine lieben Freunde. Das war wieder eine Episode von Star Trek 25 Anavisari. Das war die Episode Another Fine Mass. Und ich bin dafür, dass ich jetzt wieder aufhöre. Und wir sehen uns dann nachher zu mehr Star Trek. Bis dann. Tschüss. Wie geht's Ihnen zurück? Ich bin sicherlich. Vielen Dank.